Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es mal wieder um den Smart Home Deal des Tages. Es laufen immer noch die Amazon Pre-Black Friday Deals und deswegen halte ich euch natürlich immer auf dem aktuellsten Stand, damit ihr keinen Deal aus der Smart Home und Technik Welt verpasst. Heute geht es um einen echten Bestseller und zwar um den Nummer 1 Bestseller Online. Wenn es um smarte Körperfettwagen geht, der kommt von Renpho. Renpho, ursprünglich als Velpro bekannt. Und das sind Wagen, die wir uns schon sehr häufig angeschaut haben, wo wir auch auf lange Zeit sagen können, die sind richtig, richtig gut. Und die Renpho Körperfettwaage, um die es heute geht, kostet sonst standardmäßig 37 Euro. Heute bekommt ihr sie allerdings für 16,79 Euro. Das heißt knapp 17 Euro. Wahnsinnig günstig. Deswegen, wenn ihr die Waage haben wollt, nutzt das definitiv aus, richtet sich komplett nach der Auslastung und ist auch nicht mehr lange verfügbar. Nur noch bis heute Abend. Den Link zum Deal findet ihr einmal in der Infobox. Dort gibt es natürlich auch nochmal alle technischen Details für euch. Die Renpho Körperfettwaage ist eine der besten Wagen im niedrigen Preissegment, was intelligente, smarte Wagen angeht. 13 Kennwerte liefert sie euch. Unter anderem natürlich das Körpergewicht, BMI, Fettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse und so weiter und so fort. Sehr, sehr viele interessante Parameter, mit denen man natürlich sehr schön arbeiten kann. Und das Ganze wird unterstützt durch die sehr, sehr gut konzipierte App. Hier habt ihr ein komplettes Monitoring. Ihr könnt anhand von Diagrammen im Prinzip den Verlauf bei euch nachvollziehen. Und das Ganze macht noch viel mehr Spaß, weil Renpho genau das natürlich übernommen hat von Velpro, dass man hier mit unterschiedlichen Personen diese Waage nutzen kann. Genauer gesagt habt ihr hier unbegrenzte Nutzer. Und das macht diese Waage wirklich einzigartig, denn normalerweise hat man schon mittlerweile eine Limitierung bei den smarten Wagen von bis zu fünf oder sechs Nutzern. Hier könnt ihr die ganze Familie einspeichern und jeder kann die Waage ohne Probleme nutzen, was natürlich nochmal viel, viel mehr Spaß macht. Die Renpho Waage ist sonst kinderleicht zu bedienen, kinderleicht auch zu koppeln mit der App. Und wenn ihr sie einmal eingerichtet habt, mit Hilfe eures Körperprofils in der App, dann könnt ihr sie auch direkt schon nutzen. Wie immer natürlich bei allen Wagen ist natürlich auch hier der Hinweis gegeben, gerade wenn es dann um Muskelmasse etc. geht. Das ersetzt natürlich niemals eine ärztliche Analyse Waage, das ist vollkommen klar. Aber hier geht es ja darum, eine grobe Richtschnur zu bekommen bei diesen Feindaten. Und das liefert die Waage definitiv sehr, sehr zuverlässig. Von daher, wenn ihr sowieso auf der Suche seid nach einer neuen Waage oder ihr wolltet euch schon immer mal eine smarte Körperwaage zulegen, dann ist dieses Teil hier direkt richtig für euch. Knapp 17 Euro heute im Deal des Tages. Link, wie gesagt, in der Infobox nur noch heute verfügbar, deswegen nutzt das definitiv aus. Bis dahin würde ich mich unfassbar freuen, wenn ihr Fragen habt zur Waage, wenn ihr mir alles einmal in die Kommentare schreibt. Ich versuche natürlich, wie immer, wie ihr das von mir kennt, so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten, dass ihr hier noch rechtzeitig diesen Deal wahrnehmen könnt. Bis dahin wünsche ich euch natürlich alles, alles Gute. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr dem Video einen Daumen hoch da lasst, gerne auch ein Abo da lassen, dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Passt bis dahin gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt vor allen Dingen smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.